Heute kann ich ja nicht mehr kommen wegen dir. Hä? Du sollst auch gar nicht mehr kommen. Ja? Geht's ja nicht, ey. Wer liebt mich aber auch. Es geht nur auf dem Gerät... Ey, f*** dich! Es geht nur auf dem Gerät, glaube ich. Aber ich merke, dass es ihm so gut war. Ja. Nein, das geht nicht! Das geht nicht! Wie machst du das? Ey! Ey, verdammt du! So, ich weiß nicht. Ey, nein. Was? Ey, weißt du, was ich ins Computer tut? Zurück an deine Position! Und? Jetzt geht's nicht mehr, oder? Ey, nein, Mann. So ein verdammtes Scheiß. Ey, nein. Jawohl! Jawohl! Ey, ich kann nicht mehr schneller fahren. Beide die Reifen auf Temperatur. Denk dran. Das bis zur ersten 10. Kalinie Überholverbot herrscht. Ey, wieso kannst du so schnell im Fahrrad sein? Wow! Was machst du? Ey! Ich habe nichts gemacht! Du wolltest voll mehr checken! Nein! Nein! Doch! Ich bin weggeflogen! Ich habe es genau gesehen! Ich habe es genau gesehen! Ey, ohne Schatten zu schauen! Gleich nachher, oder? Du sieh ich, Mann! Du wolltest mehr die Bande checken! Nein! Ich konnte nicht mehr schneller, als das Safety Car reinkommt. Ey, unglaublich! Ja! Voll über! Ey, die anderen sind auch gleich weit hinten, gell? Das heisst, ich habe gerade so viel ausgeschieden! Was wirklich? Ja! Ja! Ja, aber ey! Das kann ja nicht sein! Ich habe es gesehen, tief! Ich bin auf dem Scheiss-Randstein ausgerutscht! Nein! Du bist echt wie so ein Scheiss-Dreck! Moho! Jetzt haben wir es alle gesehen! Ey, es stimmt! Das Video habe ich geschickt! Also, fertig! Schau! Ich war vorne und dann wollte ich mich nochmal rüberchecken!